Nachdem ich in einem der letzten Tests die Superheroes gründlich angeschaut und ausprobiert habe, ist in diesem Video die nächste Windel von Claudries dran. Sie trägt den kurzen Name Toys. Was das für eine Windel ist, schauen wir uns nun zusammen an. Die Verpackung ist durchsichtig mit einem aufgedruckten Schild, wie es mittlerweile sehr viele Hersteller von bunt bedruckten Windeln machen. Allerdings steht nur das Allernötigste drauf, Hersteller, Windelname, die Größe M und das Sichtsehenstück in der Packung befinden. Ich finde es immer sinnvoll, wenn zumindest noch der Hüftumfang abgedruckt wird, für den der Hersteller diese Windel vorgesehen hat. Falls man die Info später noch braucht, ist sie direkt ablesbar und muss nicht im Web nachgeschaut werden, wo man sie mit Pech nach einiger Zeit gar nicht mehr findet, zum Beispiel falls ein Produkt eingestellt wird. Im Shop des Herstellers erfährt man, Größe M ist für einen Hüftumfang von 80 bis 110 cm gedacht, soll 220 Gramm wiegen und 6 Liter aufnehmen. Ob das stimmt, werde ich später noch im Praxistest nachprüfen, indem ich die Windel im Alltag bis zum Auslaufen ausprobiere. Im Inneren haben wir einen hohen Auslaufschutz. Dieser ist bei medizinischen Produkten nicht immer vorhanden, aber unter bunt bedruckten ABDL-Windeln Standard, sie helfen, eine hohe Saugleistung zu erreichen und wer möchte, kann diese noch selbst mit Sauganlagen verstärken. Verschlossen wird sie mit zwei Klebern aus Plastik pro Seite, die wieder verschließbar sind. In meinem Test hat das problemlos funktioniert. Wenn man die Windel einige Zeit trägt, gehen sie etwas schwerer ab, aber es ist möglich. Dafür ist der Sitz wunderbar und sie halten auch eine volle Windel sicher, wie ihr gleich noch sehen könnt. Die Folie außen ist weich, das finde ich sehr angenehm. Generell ist die Windel recht fluffig, nachdem man sie aus der Packung holt. So passt sie sich auch problemlos an den Körper an. Zu Beginn lassen sich die Kleber noch sehr einfach lösen. Das soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sie ziemlich robust sind. Wie robust, muss die Windel im Alltagstest unter Beweis stellen, sie wird bis zum Auslaufen geflutet. Das war für sie keine Herausforderung. Die ersten Male wird alles noch an der Stelle aufgesaugt, ohne sich groß zu verteilen. Erst als sie vorne ziemlich nass ist, fließt es langsam nach hinten. Es dauert aber noch eine ganze Weile, bis das zum Auslaufen führt, hier leistet der Auslaufschutz gute Arbeit. Die Kleber haben immer gehalten und sind nie gerissen, obwohl die Windel gegen Ende hin ziemlich prall gefüllt war, wie ihr selbst sehen könnt. Das beste Ergebnis lag bei 2 kg, eine Leistung, die im Vergleich mit den bisher getesteten Windeln definitiv im oberen Bereich liegt. Nur wenige Windeln halten deutlich mehr aus, schon das Erreichen der 2-Kilo-Marke ist eine gute Leistung. Leer wiegt die Windel 231 g und damit ein wenig mehr, als im Webshop angegeben. Zieht man das Leergewicht ab, hat sie knapp 1,8 Liter an Flüssigkeit aufgenommen. Damit die Ergebnisse noch besser werden, versuche ich bei den neueren Tests nach Möglichkeit, nicht nur 1 oder 2 Windeln zu testen, sondern größere Mengen. Bei dieser hier war es am Ende etwas mehr als eine halbe Packung, um euch das zu zeigen, habe ich mal ein paar Bilder von den vollen Windeln nach den Tests gemacht. Gerade bei 9 Windeln könnte es sonst passieren, dass sie beispielsweise anfangs nicht optimal angelegt war und daher ein schlechteres Ergebnis erzielen würde, etwa die 1,9 kg, die ich als ein Beispielbild vorher gezeigt hatte. Als Endergebnis werte ich dann die schwerste und somit beste Windel. Die Testbedingungen mit Hinsetzen bleiben dagegen gleich, damit sie möglichst vergleichbar sind. Preislich liegt die am Anfang gezeigte 10er-Packung bei 21,90 Euro ohne Versandkosten, somit 2,19 Euro pro Windel. Da es eine Eigenproduktion ist, bekommt ihr diese zumindest derzeit nur im hauseigenen Shop. Dort werden in jedem Falle Versandkosten fällig, je schwerer eure Bestellung ist, umso mehr Versand müsst ihr zahlen. Etwa 5,90 Euro für bis zu 5 Kilo, 7,90 Euro bis zu 10 Kilo und so weiter, Ich hatte das im anfangs erwähnten Video zur Superheroes schon etwas ausführlicher erklärt. Da dieser Shop im Gegensatz zu anderen auch größere Mengen nicht versandkostenfrei liefert, ist der Preis daher etwas teurer. Bestellt ihr beispielsweise 2 Packungen, verteuert sich der Preis auf rund 2,49 Euro pro Windel mit Versand einberechnet. Bei größeren Mengen wird es günstiger, aber bei kleineren sind 30 Cent mehr pro Stück schon eine Hausnummer. Die Windel selbst hat mich überzeugt, sie ist sehr weich und angenehm. Viel besser als beispielsweise die grüne North Shore Supreme Briefs. Selbst die einzelne Supreme Briefs, die ich in den gezeigten Windelstapeln für die Vergleiche aufgehoben habe, ist nach mehreren Monaten immer noch ziemlich hart und steif. Falten und Kneten macht es etwas besser, aber die Supreme Briefs bleibt ein Negativbeispiel für Windeln, die ich unangenehm finde, obwohl sie aus Folie sind. Dagegen zeigt Claudries mit der Toys, wie viel besser sich eine Windel anfühlen kann. Auch die Saugleistung ist bei der Toys viel besser. Äußerlich ist der Name Programm, man hat Teddybären, Schaukelpferde, Schnuller und Heftklammern, mit denen vor sehr langer Zeit die Stoffwindeln verschlossen wurden, in blau und rosa Farben auf die gesamte Fläche der Windel gedruckt. Beide Ränder an den Seiten also zwischen den Beinen heben sich mit zwei gefüllten Streifen in den beiden Farben hervor, das kann man auch an den Seitenteilen sehen. Etwas derartiges sieht man gerne, manchmal nur mit einer Farbe, finde ich eine schöne Idee, um das Design etwas aufzulockern. Zeitgleich passt es zu den Motiven, weil die Farben sehr ähnlich sind und sich nur etwas in der Abstufung bzw. dem Kontrast unterscheiden. Klar, geschmacklich kann man sich darüber streiten, qualitativ sind die Drucke jedenfalls in Ordnung. Dazu habe ich mich in dieser Windel gut eingepackt gefühlt. Sie ist recht breit geschnitten, man hat viel Saugmaterial im Schritt. Aber auch hinten ist ein spürbares Polster, sodass ich keine Angst davor hätte, auch das große Geschäft reinzumachen. Was das Produkt angeht, hat mich die Windel überzeugt. Worüber wir nochmal reden müssen, ist das Finanzielle, vergessen wir das Thema mit den Versandkosten und schauen auf den reinen Preis der Windel, ist dieser für die gebotene Leistung fair. Schauen wir uns als Vergleich zum Beispiel mal die Krinkels als die wohl günstigste ABDL-Windel an, die zuletzt aber auch eine Preiserhöhung erlebt hat. Wie viel sie kostet, hängt teilweise von der Art der Motive ab. Der günstigste Druck kostet derzeit rund 1,51 Euro. Die Zeiten, in denen man Krinkels für um die 1,40 oder sogar 1,30 Euro pro Windel bekommen hat, sind leider längst vorbei. Die Toys aus diesem Video ist 68 Cent pro Stück teurer. Dafür ist sie aber auch dicker, hat eine höhere Saugleistung und bietet wiederverschließbare Kleber. Klar kann man sagen, das möchte oder brauche ich nicht, ist in Ordnung, aber für einen fairen Vergleich müssen wir ja objektiv schauen, welchen Mehrwert eine Windel gegenüber einer anderen bietet. Da stehen diese drei Dinge auf der Seite der Toys. Hierfür ist der Mehrpreis gerechtfertigt. Bei anderen Windeln in vergleichbarer Saugleistung bewegen wir uns preislich in Richtung 3 Euro pro Stück. Die Versandkosten können das aber etwas trüben, vor allem wenn ihr nur geringere Mengen bestellt. Dann ist die Windel zwar nicht überteuert, aber es fehlt nicht mehr viel zu beispielsweise einer Kritter-Kabuz von Reaz, die mit fast 2,2 Kilo Maximalgewicht und 220 Gramm für die leere Windel nochmal etwas mehr Saugleistung bietet. Von der Windel bin ich überzeugt, daran habe ich nicht zu kritisieren. Preislich ist sie okay, mit der Möglichkeit ab einem höheren Warenwert Versandkosten zu sparen, wäre sie preislich attraktiver und damit vielleicht für manche ein Einstieg in die dickeren ABDL-Windeln, die derzeit noch bei Krinkels sind, aber es scheuen, am Ende deutlich über 2 Euro pro Windel zu bezahlen. Auf meiner Top-Liste hat die Toys ihren Platz gefunden, was sagst du? Komme gerne in unsere WhatsApp-Gruppe zum Diskutieren oder schreibe es in die Kommentare. Falls dir die Toys nicht gefallen hat, findest du links eine Liste mit vielen Videos zu anderen Windeln, die ich bereits getestet habe. Bleib trocken, bis zum nächsten Video auf meinem Kanal.